Wir haben den Lifehack. Ich sehe ein Wein. Poff, du hast kein Korkenzehr zur Hand. Schraube rein. Gabel. Warum soll das nicht funktionieren? Oh, ist gut. Machen wir mal eine Flasche Wein auf. Arme Gabel. Der ist lecker. Ich will von euch noch mehr Weinöffnungs-Lifehacks sehen, wenn ich noch mehr Wein hierher tue. Ganz ehrlich, dem gebe ich nur 5 von 10 Punkten. Funktioniert in der Not, aber ich glaube, mit einer Kombizange an der Schraube ziehen, geht noch einfacher. Aber ich will von euch noch mehr Tricks hören und wissen. Und dann könnt ihr auch entscheiden, wo man weiß oder Rotweintrick. Warum 5 von 10 Punkten? Hat scheiße wehgetan, Gabel verbogen, also Gabel kaputt gemacht. Und ich glaube, damit wäre es weitergegangen. Deswegen, ich finde, das ist so semi-semi. Ciao. Ciao.